Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Genji. Wir befinden uns gerade in Rokuhara und in der letzten Folge habe ich angefangen, die Existenz einer dritten Person in Betracht zu ziehen, eines dritten Charakters. Denn wir haben in der letzten Folge einen Baumstamm angesprochen und dieser kann nicht von Yoshitsune verschoben werden. Und da Benke ja schon Türen einreißen kann, muss man in Betracht ziehen, dass es einen dritten Charakter gibt, der das Ganze dann für uns erledigen kann. Und während wir uns hier nun in, wie schon erwähnt, Rokuhara ein bisschen mit den Bogenschützen vergnügen, werde ich noch ein bisschen kurz was erzählen. Und zwar habe ich mir jetzt in der Pause, also wir hatten irgendwie Zähne und jetzt ist Zwölfe, finde ich recht legitim, also vormittags habe ich, beziehungsweise mittags, habe ich mir die anderen Folgen angeschaut, um hier mal so ein bisschen wieder Eigenkritik und eigene Sachen klarzustellen. Also ein paar Sachen, die ich falsch erzählt habe oder so. Und zwar, erstmal die Sachen mit den Pferden. Ach, warte mal, wenn es hier lang geht, dann muss es wahrscheinlich links da wieder zurückgehen. Was ist das? Ein großes Stein im Moment, ich wurde, es wurde wohl auf die andere Seite geschoben, aber ich bin nicht stark genug, um es zu bewegen. Ja, ich hoffe wirklich, dass ich recht habe und dass nicht Bankgear hier wieder am Start sein muss, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, als wenn der gute Yoshitsune hier ein bisschen zu kurz kommt. Was kann der überhaupt? Ja, er kann springen, aber wir haben es bis jetzt nur einmal gebraucht, ja. Und wir haben es schon mindestens drei oder vier Türen gesehen. Ich gehe mal doch lieber nochmal zurück. Ja, wie gesagt, ich habe ein paar Sachen klarzustellen, und zwar unter anderem hatten wir diese Pferde-Geschichte und das Tolle war, während ich das erzählt habe, das habe ich auf der Aufnahme nicht gesehen, aber als ich mir das Video angeguckt habe, stand mein Charakter so blöd, dass das Bild gewackelt hat. Und ich dachte mir so schön, jetzt rede ich mal, hier jetzt, jetzt will ich wieder mal so ein bisschen, glaube ich zumindest, dass ich die richtige Einstellung habe. Obwohl ich ja, wie gesagt, überhaupt gar keine Ahnung, wieso geht es hier nicht weiter, keine Ahnung vom Pferden habe. Und dann, ähm, wackelt das Bild, weißt du, und ich denke mir so, da kann sich doch keiner auf das konzentrieren, was ich erzähle, so. Das ist wieder so typisch. Ähm, dann habe ich den guten Banky noch zu Unrecht gedisst, weil ich meinte, er hätte wohl gesagt, ich habe gute Arbeit geleistet. Dabei kam er durch die Tür und meinte, ja, Herr, ihr habt gute Arbeit geleistet. Trotzdem finde ich, dass er vielleicht nicht unbedingt der Hellste ist. Dann, äh, habe ich noch gesehen, dass in der Höhle habe ich, äh, ein, zwei Amahaganes nicht mitgenommen. Also da, ähm, ist mein Radar auf, äh, war mein Radar am Start, aber irgendwie habe ich es nicht wahrgenommen. Es sind doch teilweise so wirklich Bruchsekunden, die, ähm, in denen du Sekunde die Möglichkeit hast, diese Kristalle da, äh, zu machen und so aufzumachen. Ähm, wow, okay. Äh, ich glaube nicht, dass das jetzt hier so geplant war. Ich dachte, what's zur Hölle? Spring doch runter. Nicht, dass ich jetzt auf diesem Geländer, ähm, dass man mich da auf dem Geländer eingeschlossen hat. Gottverdammt, ich muss unbedingt diese Bogenschützer als erstes penetrieren. Es ist echt hier wie bei League of Legends, Mann. Lass doch mal die Unterstützer in Ruhe hier. Äh, ich kümmer mich hier mit den ADC, Mann. Der macht am meisten Schaden. Ja, League of Legends habe ich natürlich auch während meiner Abwesenheit gespielt. Bin jetzt Silber. Das Tolle war, ich war fast Silber 3, aber dann, äh, hatte ich irgendwie, mir haben so 7 Punkte gefehlt. Man muss ja 100 haben und man, manchmal kriegt man pro Runde 30, manchmal 17, je nachdem, wie schätzungsweise gut man ist. Obwohl ich halt gut war in der Runde, aber ich hab dann eben halt 17 Punkte gekriegt und hatte 93 und dann hab ich verloren, verloren, verloren und dann war ich wieder bei 40, so. Ja. Ist halt so ein bisschen doof, weil, ähm, du steigst ja halt nur auf, wenn du gewinnst. Also es wäre logischer. Hier geht's dann wahrscheinlich weiter, storymäßig. Es wäre logischer, wenn du Punkte bekommst, wenn du halt mehr tötest, als stirbst. Aber du verlierst halt immer Punkte, wenn dein Team verliert und du kannst dich halt nicht um vier Leute gleichzeitig kümmern. Und es ist halt so ein bisschen doof, so. Und finde ich nicht in Ordnung, so. Klar, es ist ein Teamspiel mit Gang, mit Gefangen, aber das kann doch nicht sein hier, so, dass du wirklich was kannst und deine anderen Leute können halt gar nichts, so. Das klingt immer so arrogant, aber Leute, ihr wart ja nicht dabei, so. Weißt du, du, ich hatte dann teilweise so, ähm, zehn Kills zweimal gestorben und dann bin ich von, von, ähm, na, Lane, ja, von, von Fahrt zu Fahrt gelaufen, um den Leuten zu helfen. Aber ich kann nicht an vier Orten gleichzeitig sein. Das geht nicht. Ich kann doch nicht jetzt sterben. Das wäre noch inkompetenter. Also nehmen wir einfach mal Gras. Achso, wir können alles, können wir, ähm, im Menü nehmen, weil ich erst dachte, man kann nur dieses 300er im Menü nehmen. Nein, man kann alles sofort nehmen. Du kannst die Aspirin-Tablette? Was zur Hölle? Regt euch mal nicht auf hier. Wow, das war so klar. Das war so gut. So klar und so gut. Rüstungsärmel. Ein Ärmel einer Rüstung, nutzlos für Sonderfertigung geeignet. Es ist nutzlos, aber irgendwie doch für was geeignet. Noch mehr. Okay, äh, kann das sein, dass ich die, ähm, dass ich, wenn ich Amahagane, wenn ich die mit Amahagane, mit Kamui, tut mir leid, äh, penetriere, dass ich dann sowas halt kriege? Oder war das jetzt einfach Zufall? Hm. Okay, jetzt wird's anscheinend wieder episch. Episches Gehäuse und episch flüssig. Ja, sonst noch irgendwas? Ähm, wie gesagt, wir hatten da diese, diese Amahaganes, die ich nicht eingesammelt habe. Ähm, Bankates Unrecht verurteilt. Aber ich glaube, mit dem Beschmieden war ja soweit alles in Ordnung. Das haben wir ja mit Claire Redfieldet. Gott, verdammt Claire Redfield, ne? Resident Evil Revelations 2 kommt ja im ersten Quartal von 2015 raus. Und Claire hat ihre alte Stimme nicht, ey. Das regt mich so auf, ja. Ich meine, ja, wenn du, wenn du, äh, wenn du die Synchronsprechend siehst, also sie ist jetzt nicht, äh, hässlich oder so, aber sie ist halt schon irgendwie, äh, Mitte 40 oder so. Und das ist natürlich irgendwie seltsam, wenn du dann da, wenn da, wenn du da so eine Charakterin hast. Okay, Claire ist mittlerweile auch schon, glaube ich, Also, Leon war bei Resident Evil 6, äh, auch bestimmt locker 30. Also müsste die jetzt auch mindestens 30 sein, aber, so, sie, sie klingt halt jünger als, äh, die Synchronsprechend tatsächlich. Und, aber, ne, dass sie jetzt, äh, äh, weißt du, sie war, sie war, sie war bis jetzt immer dabei. Und, sie sind, sie Synchronsprechend hat auch auf YouTube so ein Video, wo sie über Claire Redfield geredet hat und sich drüber gefreut hat. Und ja, und so, und jetzt ist sie einfach nicht mehr dabei. Ist genauso wie, wie, Snake. Ähm, Solid Snake. Da, Gami-Schutzweste. Trank für den Schutz, Gott, fast einen Moment. Da kriege ich ja gleich das Husten. Trank für den Schutz mächtiger Gottheiten. Äh, Schutz gegen Gott. LP. Alles klar. Oh mein, mein Gott. Es tut mir so unglaublich leid, aber mein Hals spielt wieder nicht mit. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genauso wie, äh, Solid Snake. Solid Snake ist ja, ja, okay. Ähm, es gibt ja Solid Snake und Naked Snake. War das Naked Snake? Big Boss. Ja, es gibt ja einmal den Vater und einmal den Sohn. Den Klon. Äh, und beide wurden ja bis jetzt immer vom selben gesprochen, aber jetzt kommt der neue Metal Gear Solid raus und wir nehmen den jetzt mal nicht. Zumal, äh, Snake ist ja sein, sein Deckname und, äh, er heißt in Wirklichkeit David Hater oder so. Also nicht mit H-A-T-R David der Hater. Ähm, aber ich wage zu behaupten, dass der Synchronsprecher auch David Hater hieß. Und deswegen hat es eigentlich immer gepasst, dass der, dass die Figur so hieß, wie der Synchronsprecher. Und das die ist jetzt einfach, wie gesagt, das ist ja jetzt im neuen Teil Big Boss, weil man ist ja inkompetent und wenn man nichts aus der Zukunft erzählen kann, dann erzählen wir halt was aus der Vergangenheit, weil, so in der Mitte oder so findet sich ja immer so ein Platz für inkompetente Entwickler. Das heißt jetzt nicht, dass das Spiel scheiße wird, aber ich find's halt immer doof, wenn die Story nicht fortgesetzt wird. ja, es wurde schon oft gesagt und Medica Solid und 4 und Ende und der ist ja schon alt, der Snake, aber, ähm, sagen wir doch mal ganz ehrlich, der Snake, der ist ja, den haben sie ja nur schnell altern lassen, also sie haben sich die Geschichte mit dem schnell altern ja nur einfallen lassen, weil sie nach dem vierten Teil nichts mehr machen wollten, so. Wenn sie sich die Scheiße nicht ausgedacht hätten, dann würde Snake immer noch jung sein, weil der hat ja für die Leute, die sich jetzt nicht auskennen, äh, der, äh, Solid Snake ist ja nur ein Klon von seinem Vater, also Indirektvater und, ähm, da mit seinen Gen halt so ein bisschen rumgefuscht, wurde ältert der halt schneller, also wenn wir ein Jahr älter wären, wird der halt mal fünf Jahre älter oder so und da ist es, da hab ich doch vollen schnell hingeschlagen und dadurch ist er in Teil 4 halt schon alter Sack, ja, wäre er aber, wie gesagt, nicht, wenn man sich, wenn man nicht die Idee gehabt hätte, weil die hatte man ja im vierten, im zweiten wusste man das ja nicht, da ist er auch nicht so krass älter geworden und im dritten hat man ja, wie gesagt, den Vater gespielt, so, der dritte Teil war ja der erste der Geschichte und so, aber gut, ich schweife wieder ab, ich sollte mich vielleicht mal auf diese krassen Kämpfe konzentrieren, ja, wie gesagt, Schwierigkeitsgrad ist immer noch phänomenal und sofern man sich hier so minimal konzentriert, kann eigentlich nicht so geschieht und zumal ich ja immer noch Amahagane habe Kamuini, mein Gott, wieso verwechsel ich das immer? Ja, es ist ja irgendwo der Kristall, der aktiviert wird, aber es ist halt irgendwie, die Attacke heißt nicht, äh, die, die Attacke wird nicht nach dem Wirt benannt, ja, ich meine, die Leute, die Karate-Tricks verwenden, die nennen, Jackie Chan zum Beispiel, wenn Jackie Chan Karate-Tricks einsetzt, dann nennt er seine Attacken ja auch nicht Jackie Chan, also, von daher, ähm, eine sehr massive Tür, ich kann sie nicht öffnen, aber ich kann auch nicht stark werden, selbst Benke kann das nicht, ja, wie gesagt, also, wenn es da wirklich einen dritten Charakter gibt, dann, keine Ahnung, ist das entweder ein Biber, Biber können bestimmt Baumstärme umwerfen, oder, es ist noch fettere als Benke, aber dann, tue mir leid, dann packe ich ja auch meine Koffer, weil dann, äh, also, dann ist das Spiel zu krass. Hier, guck mal, Schlangengift, seine Schlangenspitze saugt seinen Opfer das Leben aus und spritzt Gift, uh, also, wird ja richtig brutal das Spiel, ne, also, wir kriegen ja zwar eh nix voll mit, aber, äh, saugt seinen Gegnern Leben aus, kriegen wir da vielleicht Leben zurück? Das wäre doch was. Ich glaube, da hinten, ach, ich gehe jetzt mal nochmal zurück, wenn man diese Husten fällt, die bringen mich total aus dem Konzept, ups, ne, hier sind wir hergekommen. Das ist doch schlimm, so, das hatte ich das letzte Mal bei DMC, so, da haben mir auch so Leute runtergeschrieben, wieso machst du ständig Pause? Da habe ich geschrieben, ja, äh, Aufregung, aber hier ist es nicht mehr die Aufregung, hier ist es einfach der Hals, der, der hat keine Lust. Ja, da, mach keine Let's Play, leg dich hin, ruht dich aus, ey, Juman, uh, hallöchen, kommt mal her, Kabui, wow, haha, es war so klar, dass der letzte nicht will, aber gleich mal schön, viel Erfahrungspunkte, ihr Lauf-Erfahrung, ich hab meine Ex, die heißt, ich hab eine Ex, die heißt P, P-Jack, was zur Hölle, was hat P-Jack jetzt damit zu tun? Was soll das? Wir haben schon voll vor 80 Stunden, waren wir uns einig, dass wir zusammen kämpfen, ja, ich, 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 jetzt alleine, oh, oh, komm mal mit, bitte lasst mich mitgehen, ich geh jetzt mal vor, oh, da seid ihr wieder, bitte lasst mich mitkommen, oh, ich geh jetzt mal vor, hey, jetzt habt ihr mich aber warten lassen hier, lass uns zusammen kämpfen, ich bewach den Eingang, du erledigst den Rest, ja, bekämpf du mal den Eingang, ja, und am besten, du kannst gleich den Ausgang auch noch mit bekämpfen, ich hab gehört, der Ausgang ist der schlimmste Endgänger aller Zeiten, und dann Exit, vergesst das Not-Exit nicht, ja, das muss auch noch bekämpft werden, und wenn er gleich mal dabei ist, kannst du den Fußboden auch noch säubern, jetzt mal ganz im Ernst, what the shit, meine Fresse, ja, da ist er wieder, da ist er, Der ist der Fall, der ich mich für den Hügel verletze. Ich will nicht! Ich will nicht den Hügel, der ich mich für den Hügel verletze. Ich bin hier, der ich hier bin. Ich will, wenn ich mich für die Hügel verletze. Kiyomori! So weit! K... Kora da ga ugo kan! Bacana ko tatsi ne... Kiyomori-Sama-Nihua指一本触re sa se na iyo Kusat! Haa! 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 Okay, die arbeiten doch zusammen. Ich hab nix gesagt. Aber ich dachte wir sind hier um uns Verbindete zu holen. Das sind ja wohl nicht die Leute die wir anreden sollten, oder? Wo sind wir jetzt? In der Hölle oder was? Plötzlich Pokémon Arena. Oh! Ich hab nix gesagt, wenn du dir auswählen bist. Ich hab nix gesagt. Ich hab nix gesagt. Ich hab nix gesagt. Ich hab nix gesagt. Boah oh man! Äh cool, wir können hier auswählen. Weil zwei Leute gegen einen, das wär zu unfair. So ein bisschen wie bei Dragon Ball tatsächlich, dass der eine zuguckt. Ich nehm mir selbstverständlich Yoshitsune! Weil der kommt mir so ein bisschen vor, als könnte er sich gut bewegen. Also gut wie wir es letztendlich machen. Ob wir uns beide gut bewegen können. Oder ob wir einfach laufen, während der andere uns kitzelt. So mit Benke. Gut, mein Amahagane, ähm, geht glaube ich von selber so minimal, lädt sich dann auf. Aber gut. Haha, hab dich geblendet, Bitch! Jetzt kommt! Fick! 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 Oh nein, 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 nein! Oh, der ist ziemlich schnell. Also er erinnert mich an Su Yu, oder wie der heißt, vom Wu Clan. Von Dynasty Warriors. Er fand es nicht in Ordnung, dass ich, äh, Lingtong, ähm, gehuldigt habe und nicht ihm. Da ist er jetzt sehr, sehr sauer. Oh Gott, oh Gott! Das ist ne Attacke, die, ah! Das ist ne Attacke, die, die... Oh, hat er mich jetzt vergiftet? Ähm, da kann ich nix dagegen machen. Ja, guck mal, er hat mich gepimpt. Ich hier sehe lila. Ähm. Äh, ich brauche gegen Gift. Äh. Tragen zum Schutz gegen Allein, vor Widerstand gegen Feuerblitz und Gift. Vorübergehen, naja, ich brauche erstmal... Ich brauche erstmal so ein bisschen Leben! Und so ein bisschen Leben! Und das war's erstmal. Erstmal gucken, wie, äh, krass dieses Gift letztendlich ist. Ob es viel macht, oder nicht. Komm! Kombo, Kombo, Kombo! Nein, das ist nicht so brutal. Eigentlich passiert da... Ja, okay. Jetzt ist das Gift weg. Komm schon! Come on... Once... Da, da, da gab's doch mal dieses Lied. Wherever you go, I believe that my heart will go on. So, das hab ich, das hab ich grad gedacht, als die beiden sich angesprungen haben. So, once more. Ah, wherever you go. Vater, der hat voll den Pixelschatten hier. Na gut, wir auch, aber. Na mal, Haganiz war jetzt mal voll für den Arsch hier. Hat der eigentlich eins? Oh Gott! Nein! Es ist in Wirklichkeit eine Schlange ergiftet. Vielleicht hat er auch dieses mächtige Schwert, eins der sieben Samurai-Schwerter oder wie die da heißen von One Piece. Autsch! Bams! Once more. Gott, jetzt hab ich ein Ohrwurm. Wir sind hier nicht auf der Titanic. Ja? Ich glaub, das war nicht Titanic, aber gut, ist ja auch egal. Nur noch nicht. Mein Gott! Also, ich würd mal sagen, wir lassen die Luft kommen, muss sein. Oh mein Gott, der hat mich geblendet. Nein! Fick! Wow, bringt das überhaupt was? Wow, jetzt bullshittet er mich hier, oder? Okay. Ähm, ich will ja nix sagen, aber ich glaub, ich werd hier verlieren. Oh. Diese Einstellung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hat der sich grad geil? Oh Gott! Hör auf! Once more! I believe that I will win and win and win and win and win and nennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennenn man kann ich nicht oder weiß überfeilt dabei ist nein meine werbe Seite jetzt bin ich querschnittsgelähmt oder das Klingt das Handy nur nur über die neue Fälle erstellt allen Leben wieder her alle 430 tausend ich habe eigentlich nur 1 aber erstellt hat alle Leben wieder er steht alle hier wird dieser Welt wieder her bisher wie die Dragon Balls tatsächlich okay ich glaub ich schaff's ich glaub ich schaff's yeah okay dann spiel ich halt so'n bisschen die Pussy lalalalalalalala Tower Dieve Tower Dieve lalalalalala oh Gott Oh Gott nein ne ne oh Gott du 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 hauptstellt zuhause okay 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 jetzt werde ich wieder übermütig jetzt werde ich wieder mein Gott ich hab' ihn gefiedelt mein Gott liegt auf Legends raus aus meinem Kopf liegt auf Legends heute nicht heute nicht Lalalala ob ich es einsetze oder ob ich es einsetze oder ob ich es nicht einsetze macht doch kein Unterschied mehr hier ich glaube ich sollte vielleicht mal Lalalala ähm wir machen mal Angriff oah guck mal ich hab' ein Auge oah aber ja das passiert halt wenn du alles auf Angriff setzt oh ja oh yeah und jetzt noch ein nein 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 oah Einmal noch oah nein lass mich doch Einmal noch angreifen oah 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 unsere Hände in Fliegel auch so er hat er schuld zu bleiben Ashut oah 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 Warum auch immer ich jetzt dachte, er spricht es nicht. Kapitel 2 Hirai Tsuni Oshu 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 ist ein Spiel. Ein Spiel in einem Spiel. Oho Oshu Ich bin der Fall in den Kranien. Ich bin der Kranien von Otohiko. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Die Kranien werden jetzt in den Kranien in den Kranien. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Was ist das? 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 Das ist flüssiges Metall oder nicht? Also kann man nicht fertiges Metall wieder flüssig machen oder so? Ich habe da keine Ahnung von. Aber ich habe irgendwie so dieses traurige, böse, trübe Gefühl, dass dadurch, dass wir jetzt woanders sind und das Kapitel sich verabschiedet hat, dass wir nicht in die bereits bekannten Umgebungen zurückkehren dürfen. Was ist das? 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 Das war so meine Reaktion? Ja, haben wir jetzt? Was ist das? 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 Geschehen her? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.